Was geht ab, liebe Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Star Wars Battlefront. Wir spielen mal wieder eine Runde Heldin vs. Schurken, was eigentlich nicht geplant war. Eigentlich hatte ich vor, ich habe jetzt schon nur noch 70 Nähmes, bin du abgeschössst. Oh man, 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 man. Eigentlich wollte ich nochmal einen Versuch starten für 100+. Aber, ja, ich habe ewig eine Lobby gesucht, über eine halbe Stunde. Es ist nicht möglich, ich habe keine ordentliche Lobby gefunden. Entweder war die fast leer, war die fast zu Ende, du spielst zu Ende, wartet bis die nächste Runde anfängt. Die Crash zusammen, die Lobby, sind nur noch die Hälfte der Leute drinnen. Du machst es von vorne und so weiter und so fort und so fort und so fort und du denkst dir, alles klar. Gleich schlage ich irgendwas kaputt und wenn es nur meine eigene Fresse ist. Nein, es ist nicht passiert zum Glück. Und jetzt spielen wir deswegen auch einfach eine Runde Heldin vs. Schurken. So, weil irgendwann muss ich mal fertig werden mit dieser Folge. Oh, cool. Das habe ich gesehen, den Kollegen. Nein, warum kriege ich den nicht tot, Mann? Ach, deswegen eigentlich bin ich unnummer abgefuckt, Alter. Ich glaube nicht, gar nicht. Es läuft in diesem Spiel so krass vieles schief seit dem Order of the DLC. Und oftmals seitdem frage ich mich echt, warum spiel ich dieses Spiel eigentlich noch. Wenn du dir diese Frage stellst, wir haben trotzdem noch verloren. Ich habe doch ganz guten Charme gemacht. Was ist denn mit meinem Lumpen-Team wieder los, Alter? Läuft ihr mit dem Kopf morgens gegen die Wand immer wieder, dass ihr nicht spielen könnt? Was ist denn los hier, Mann? Ich habe den einen weggemacht, ich habe den anderen gegeben. Ich darf nochmal Grillo spielen. Alles klar. Ich bin ruhig, ich bin ruhig. Gut. Egal. Also, ja, wie gesagt. Ihr seht es ja selber. Ihr habt ja letzte Folge gesehen. Letzte Folge ist ein guter Beweis, was mit der Suche schief läuft. Habt ihr ja gesehen, die Lobby ist nach fünf Minuten immer halt leer. Du gehst raus, suchst neu. Landst in der gleichen Lobby. Das meine ich halt. Und das... So. Ja. So. Genug davon. Scheiß drauf. Scheiße. 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 Das ist ja die Alte. Mein Gott. Da rennt die... Da rennt die Sau. Jetzt wird destroyed, Mann. Warum? Ich krieg dich, Junge. Sack. Was zur Hölle, Mann. Granate. Granate. So, Luke. Jetzt hab ich dich weggemacht. Und jetzt widme ich mich deiner Schwester und ihren Bahamas. Bahamas. Ich liebe dieses Wort, Leute. Boah. Ohne Wiss. Gibt es ein schöneres Wort für Titten, Mann? Ich weiß es nicht, ey. Bahamas, Mahamas. Das ist schon ein ganz geiles Wort, ey. Egal. Lassen wir es. Gut. Das lief doch ganz gut. So, yes. Schreckt meine Laune wieder. Ach, ja. Na ja. Kommt schon. Na, kommt schon. Ich wusste, ihr wollt es wissen. Kommt schon. Kommt schon. Kommt schon. Kommt schon. Los. Irgendeiner. Ich mach dem Geschütz eigentlich quasi gar keinen Schaden. Drei Punkte, Wolf. Ah. Ankorb. Alles klar, ich bin der erste, der verreckt. Hey. Warum, warum konnte ich nicht mehr Swann, du motherfucking Scheiße. Idioten. Die Rebellen haben einen unserer Helden eliminiert. Ja, Idioten trifft es. Idioten trifft es, das ist gut. Und direkt wieder tot. Also mein Team bekleckert sich gerade nicht wieder mit Überskill, aber gut. Was soll ich auch erwarten? Darth Vader steppt oben auf dem Schiff. Da weißt du einfach direkt Bescheid. Du weißt Bescheid, Mann. Was willst du da oben ausrichten, Junge? Was willst du da als Nahkämpfer ausrichten? So, ich werde dir jetzt helfen einfach. Das ist ein Geschützer, Mann. Nächster Punkt, der geändert werden müsste, mal langsam. Juckt Dice nicht. Juckt Dice einfach nicht. Wer sagt, dass die Geschütze ausbalanciert sind, der ist einfach... Der tätowiert sich auch Dice auf den Schwanz, glaube ich. Was zur Hölle? Mein Gott, ey. Mein Gott, stopp den Pisser, doch, Mann. Das hat mich richtig aggressiv gemacht, meine Ansage, deswegen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich deswegen. Ich spiele auch selber gerade schlecht. Das ist das Problem an der Sache. Sie wird nicht entkommen. Vermichtet sie. What the fuck? Habt ihr das gesehen? Wir haben gewonnen. Oh Gott, es ist geschehen Wunder. Halleluja. 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 Ähm. Diesmal nämlich Bober. Bober Schmobo. Nicht vielleicht Greedo. Wohl da lief es gar nicht mal so schlecht mit denen eigentlich. Aber ich hab überhaupt noch Bober Action. Bober Schmobo Action. Na komm. In meine Fresse. Ich hab nur noch 70% Lebensenergie. Alter Schwede. Das hat gut gesessen. Aber gut gemacht. Muss man nicht lassen. Kleines Geschenk. Du bist für mich ein vermöden Pferd. Du würdest die Kraft der Sonde. Amateure. Ja. Weg, 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 weg. Lenk das Pack von mir ab. Das war die alte. Das war die alte. Die will sich rächen, Mann. Wie die mich jagt. Die jagt mich richtig. Ihr seid mir nicht gewachsen, Prinzessin. Ich geh jetzt in 3, 2, 1. Ich lebe noch. Heilung, Heilung, Heilung. Ich brauch Heilung. Oh Gott. Was ist hier los? Jawoll, Junge. Boah, ich bin geflogen wie ein Mädchen. Nein, Spaß. Aber ich... Ja, was soll ich machen? Ich musste flüchten, flüchten, flüchten. Ja, das geht doch. Die Runde geht doch klar jetzt. Mann, Mann, Mann. Ich bin so froh. Schützt unsere Antürer vor den Rebellen. Ja, mal gucken, Mann. Ich werde jetzt einfach reinlaufen und sterben erst mal. Das ist... Das ist meine Überlegung bei der ganzen Sache. Warum geht er als Vader da hoch? Warum tut er das? Warum? Ja, 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 ja. Der kleine Bot darf mich nicht erwischen. Scheiße, ich wollte den Osterixen. Extremes mit Z. Alter, krass. Ist ja heftig. Das ist ja... Das ist ja extremer als extreme. Das geht eigentlich gar nicht. Aber da ist der Gegenbeweis, oder? Okay, ich muss irgendwie da oben hoch. Es ist noch nicht vorbei. Zeigt keine... Aaaaaah! Oh, Mann, Alter. Kaum war ich oben, hätte ich direkt weggeschossen. Das ist ein Stück Scheiße, Alter. Jungs, 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 Jungs. Alter, die Spiele, Alter. Wo hab ich denn hingezogen? Habt ihr das gesehen? Was war das? Als hätte ich einen Schwächeanfall gehabt, oder so. Jawoll, was geht? Ich will jetzt nochmal Boba Fett Action nennen. Zum Abschluss. Das wär sehr nice. Wie das Geschütz. Immer noch... Er hat ihn sogar gekillt, hab ich gesehen, recht. Oh, Mann. Ey, cool, Alter. Die beiden haben auch alle zwölf Kills, aber halb so viele Tode wie ich. Ey, ich bin richtig gut dabei. Was ist denn hier los, Mann? Such dir doch einen aus. Verzögertes Spiel doch nicht. Die Niederlage wirst du nicht verhindern können damit. Mach jetzt. Ja, okay, dann so. Ist doch einfacher. Wahrscheinlich freut die gerade. Wollt einer gucken? Alle im richtigen Moment weggedasht. Habt ihr das gesehen? Was solltet ihr von denen? In deine Bresserei. Ich hol dir die Prämie für deinen Kopf, Ligi. Dumme Sau, du. Jetzt rennt er natürlich. Ey, ich bin zu dumm, den zu treffen. Habt ihr gesehen? Ich bin so schlecht gerade, Alter. Ich bin so schlecht auch noch. Oh, Mann, ey. Oh, shit, Alter. Oh, shit, Alter. Von wo denn noch alles, sag mal? Äh, nicht schlecht geworfen? Hier. Ich mache nur meine Arten. Lebend nutzt du mir nicht. Nein, Morpheus, die blaue Bitch, Alter. Der spielt nicht schlecht, Alter. Das ist mir schon vorher aufgefallen. Der war immer am Start, irgendwie. Wir haben trotzdem gewonnen. Jawoll. 18-7. Okay, Leute, boah. So, das war's. Ich danke fürs Zusehen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Ja, mit dem Wingsversuch, ONA+, müssen wir mal gucken. Ähm, dafür muss ich absolut erst mal wieder in Stimmung gehen. Ähm, ist ja nicht so wie Sex, das geht ja immer. Äh, ja. Ihr müsst bescheiden, Leute. Also, wie gesagt, danke fürs Zusehen. Haut rein, tschüss.